Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die hervorragendsten Kapellen, die beliebtesten Komiker. Ich biete Ihnen Orchestermusik, Sinfoniemusik und Instrumental-Solidete Art in vollendet der Meisterschaft. Die herrlichsten Arien der klassischen Opern, die populärsten Schlager der modernen Poveretten, die lustigsten Couplets können Sie durch Schmick genießen. Die Künstler selbst singen, spielen und strengen zu Ihnen. Kein jeden Geräusch für den Vortrag, kein lästiges Auswechseln des Stützes ist ervorderlich. Jedem Kind kann nichts anfangen. Ich gewähre höchsten Kunstgenuss und schönste Unterhaltung. Ich bin der teuerste Freund in jeder Familie. Ich bin eine Türte für jedes Haus. Ich bin ein teuer Begleiter auf Reisen. Ich unterhalte und unterrichte Sie in allen Sprachen. Ich kenne keine Müdigkeit und Sie werden nie müde, mich anzuhören. Ich ermögliche Ihnen Selbstaufnahmen. Dadurch gewähre ich Ihnen höchsten Kunstgenuss. Das Geplauder Ihrer Kinder, die Stimmen Ihrer Lieben, Ihre eigene Stimme bewahre ich für spätere Zeiten auf. Glauben Sie mir, wenn Sie mich in Ihr Haus aufnehmen, bewerte ich bald Ihr liebster Hausgenosse sein. Fragen Sie den Verkäufer, ob ich die Wahrheit sage. Er wird es Ihnen bestätigen. Er wird es Ihnen bestätigen.